Liebe Studierende, willkommen zum ersten Podcast des Semesters. Während der letzten Woche haben wir uns mit drei wesentlichen Konzepten aus der Elektrostatik auseinandergesetzt. Erstens die elektrische Ladung. Wir haben die Ladungen erzeugt und deren Eigenschaften experimentell festgestellt. Zweitens der ohmsche Widerstand. Nach der Definition der Bewegung von Ladungen als Strom haben wir den Zusammenhang zwischen Strom und Batteriespannung diskutiert. Daraus folgt die Definition des elektrischen Widerstandes. Wir konnten auch dessen Beschreibung als Funktion von geometrischen und materialspezifischen Parametern diskutieren und diese experimentell prüfen. Drittens die Kirchhoffschen Regeln. Wir haben mit den Kirchhoffschen Regeln ein nützliches Instrument zur mathematischen Beanderung von elektrischen Schaltkreisen eingeführt. Zuerst haben wir die elektrische Ladung hauptsächlich durch Reibung erzeugt und gleichzeitig festgestellt, dass es zwei Arten von Ladungen existieren. Eine positive und eine negative Ladung. Ladungen spüren sich gegenseitig im Raum. Die Wechselwirkung ist via dem elektrischen Feld vermittelt, das wir demnächst einführen werden. Das elektrische Feld wird somit die coulombsche Kraft zwischen Ladungen ermöglichen. Ladungen mit gleichen Vorzeichen stossen sich ab, Ladungen mit verschiedenen Vorzeichen ziehen sich an. Rein phänomenologisch haben wir dann die Bewegung von Ladungen in verschiedenen Situationen berücksichtigt. Wir haben tatsächlich die magnetische, thermische und chemische Wirkung des elektrischen Stroms angeschaut. Im Kapitel Magnetismus werden wir die magnetische Wirkung erklären. Das heißt, zwei gleichsinnig von einem Strom durchflossene Leiter ziehen sich an. Oder zwei gegensinnig von einem Strom durchflossene Leiter stossen sich ab. Als Erscheinung der thermischen Wirkung können wir an eine Glühbirne denken, wobei ein stromdurchflossene Leiter sich erwärmt und kann dadurch zum Glühen gebracht werden. Im Örsaal haben wir mit dem Experiment der leuchtenden Gurke eine ähnliche Situation beobachtet. Eine chemische Wirkung des Stroms tritt bei den elektrolytischen Leitern auf. In ihnen sorgen Ionen, also geladene Atome, für den Ladungstransport. Die Ionen wandern zu den Elektroden, Anode positiv und Kathode negativ, und geben dort ihre Ladung ab. Man definiert den elektrischen Strom I als das Verhältnis der durch den Leiter fliessenden Ladung pro Zeitintervall. Allgemeiner gilt, dass der Strom I die erste zeitliche Ableitung der Ladung ist. Das heisst, der Strom entspricht der Variation ΔQ der Ladungsverteilung im Zeitintervall ΔT. Es sei bemerkt, dass der technische Strom der Elektronenbewegung in einem Leiter entgegengerichtet ist. Durch Integration der letzten Gleichung erhält man umgekehrt die in der Zeit ΔT durch den Leiter geflossene Ladung Q. Die Ladung selbst ist eine quantisierte Größe, die nur in Vielfachen der sogenannten Elementarladung auftritt. Die Elementarladung entspricht der Ladung des Elektrons. Um elektrische Ströme zu erzeugen, braucht man eine Spannung. Diese ist üblicherweise von einer Batterie geliefert. Man kann sich jetzt fragen, in welchem Zusammenhang stehen Spannung und Strom. Spannung und Strom sind zueinander abhängig. Man führt das Konzept des elektrischen Widerstandes ein. Der Widerstand ist definiert als das Verhältnis der angelegten Spannung U zum Strom I, den diese Spannung erzeugt. Bei einer grossen Klasse von Leitern findet man, dass der Strom proportional mit der Spannung wächst. Das heißt, im Fall eines ohmschen Leiters gibt es eine lineare Beziehung der Kennlinien Strom I als Funktion der Spannung U, bekannt als ohmsches Gesetz. Ohmsche Leiter lassen sich grob nach ihrer Größe und Temperaturabhängigkeit klassifizieren. Aus einem mikroskopischen Standpunkt aus ist der Widerstand gleich dem Produkt zwischen dem spezifischen Widerstand Rho, eine materialspezifische Größe und die Länge L des Drahtes, geteilt durch die Leiterquerschnittsfläche A. Der spezifische Widerstand ist invers proportional zur Leitfähigkeit. In dem spezifischen Widerstand ist die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes selber eingebettet. In metallischen Leitern werden die Elektronen an den schwingenden Atomen gestreut, in ihrer Bewegung gebremst und behindert. Der spezifische Widerstand wächst somit mit der Temperatur. Wir haben dann ein nützliches Instrument eingeführt, um Schallkreise zu behandeln, die Kirchhoffschen Regeln. Diese sind keine physikalischen Gesetze, sondern eher technische Regeln, die zum Verständnis elektrischer Schaltungen und bedingt notwendig sind. Wir führen zunächst die Kirchhoffschen Regel im Fall einer Masche von elektrischen Widerständen ein. Wir werden später diese Regel für andere Schaltelemente verallgemeinern. Die Knotenregel besagt, dass bei einem Knotenpunkt einer elektrischen Masche die Summe aller zufließenden Ströme gleich der Summe aller abfließenden Ströme ist. Im Knoten bleiben keine Ladungen stecken. Die Maschenregel sagt voraus, dass die Summe aller Batteriespannungen UI gleich der Summe aller Spannungsabfälle in einer Masche ist. Für Widerstände gilt als Spannungsabfall nach dem Ohmsche-Gesetz Strom mal Widerstand. Wir können dann zwei Paradesituationen berücksichtigen. Erstens eine Serieschaltung von Widerständen. Allgemein lässt sich mit der Kirchhoffschen Regel zeigen, dass der totale Widerstand gleich der Summe aller Widerstände ist. Zweitens eine Parallelschaltung von Widerständen. Allgemein kann man aus der Kirchhoffschen Regel finden, dass die Inverse des totalen Widerstandes gleich der Summe der Inverse der einzelnen Widerstände ist. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen auseinandersetzen. Wir werden die elektrische Feldstärke und somit das elektrische Feld einführen. Wir werden lernen, dass das elektrische Feld die Wechselwirkung zwischen geladenen Körper vermittelt und somit die coulombische elektrische Kraft bei einer Ladung erzeugt. Dann werden wir das Konzept des elektrischen Flusses definieren und als dessen folgen den Gauschensatz. Mit dem Gauschensatz, eine der vier Maxwell-Gleichungen, die das Elektromagnetismus erklären, können wir gezielt das elektrische Feld bei einer gegebenen Ladungsverteilung berechnen. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen. Ich freue mich auf den Gauschensatz,